Herzlich Willkommen hier auf dem Great Life Kongress 2017. Schön, dass du da bist. Ich bin auch happy, dass du deinen Weg hierher gefunden hast und hoffentlich wird gefallen, was du hier so entdecken kannst. Ich bin die Coco. Und ich bin der Icon. Und gemeinsam haben wir vor ein paar Jahren damit begonnen, diesen Kongress zu gestalten. Wir haben uns überlegt, wie kann man einen How-To Great Life Kongress auf den Boden hier in diese Welt holen. Und jetzt ist es soweit. Hier ist der Herzlich Willkommen beim Great Life Kongress 2017. Auf Mallorca. Uns beide fasziniert seit Jahrzehnten, wie man dieses Leben wirklich noch ein bisschen saftiger, lebendiger, lustiger, vitaler, also einfach großartig gestalten kann. Und seitdem sind wir auf der Suche und entwickeln und machen und tun und haben eins gelernt. Dieses Leben ist nicht von Natur aus, also es ist wunderschön, aber man muss schon was dafür tun, damit es richtig, richtig gut wird. Und das ist eigentlich die Motivation, die uns dazu getrieben hat, diesen Kongress ins Leben zu rufen. Und dafür haben wir über 30 Referenten zusammengesammelt. 16 bilden so den Hauptkern vom Great Life Kongress. Die sind in Workshops und in den Vorträgen. Und mindestens nochmal 16, die morgens im Markt der Möglichkeiten mit ihren Themen, mit ihren Perspektiven. Für dich und für deine Frage, wie kriege ich mein Leben großartig für dich da sein? Ja, und wir haben wirklich darauf geachtet, dass es bunt wird und vielfältig, weil unser Leben besteht ja nun mal nicht nur aus Arbeit zum Glück, sondern aus ganz vielen Bereichen. Und diese Trainer, die wir da haben und die dabei sein werden und die wirklich ganz gezielt auf How-To, nicht noch mehr Know-How, sondern How-To, ihr Wissen zum Besten geben werden, die kommen aus dem Bereich des Business, der Motivation, aber auch vom Körper, Gesundheit, Training, Fitness bis hin zur Therapie, wirklich um die Tiefe gehen zu können und auch Spiritualität und unsere Flügel wirklich wachsen zu lassen. Es ist super bunt. Wenn dich also interessiert, wie du dein Leben jetzt gerade da, wo du stehst, besser entwickeln, toller entfalten, deine Spiritualität entdecken oder deinem Potenzial überhaupt leben kannst, dann schlagen wir dir vor, schau dich doch zuerst mal hier überall auf der Webseite um. Du findest unglaublich viele Informationen. Wir haben alle unsere Trainer vorher in einem Interview befragt zu ihren Themen, zu ihrer Perspektive. Wir haben alles, was rund um Mallorca und dem Kongress zu tun hat, zusammengetragen. Du findest auch irgendwo da rechts unten, glaube ich, war es alle Downloads für den Kongress-Flyer und das Event-Programm und so weiter. Schau dich um, fühl dich rein, fühl dich wohl und guck, ob du was für dich findest. Und wenn du Fragen hast, also wir haben eine Telefonnummer, eine Hotline, wir haben eine E-Mail und wir freuen uns, wenn du uns schreibst. Deswegen, wir sehen dich 2017 unter der Sonne Spaniens auf Mallorca vom 19. bis 23. Juli. Wir freuen uns auf dich. Sehr. Wir freuen uns auf dich.